Gekko Garage Hallo, Bobby. Oh je. Lass uns die alte Stoßstange ersetzen. Okay, Mechaniker. Nehmt ihr bitte die alte Stoßstange ab? Aber ganz vorsichtig. Langsam. Langsam. Vorsicht, Mechaniker. Wir müssen zusammenarbeiten. Au. Au. Oh. Danke, Grüni. Oh, oh je. Ihr müsst die Reparatur allein schaffen, Mechaniker. Grüni. Danke, Grüni. Oh, Mechaniker. Ihr müsst zusammenarbeiten. Oh, gut gemacht, Mechaniker. Seht ihr, wie viel man mit Teamwork schafft? Du bist fertig, Bobby. Gut, gefangen, Grüni. Ich fühl mich nicht so gut. Oh nein. Heribus hat heute einen Termin zur Durchsicht. Schafft ihr das, Mechaniker? Ja. Oh. Oh, 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 oh. Ist alles okay? Hä? Was war das für ein Geräusch? Schon okay. Ich fühle mich ein bisschen besser. Sieht so aus, als hätten die Mechaniker alles unter Kontrolle. Gut gemacht, Mechaniker. Du hast recht, Grüni. Da brennt es. Ich glaube, Fiona Feuerwehrauto ist auf dem Weg. Oh nein! Mama und Babytruck spielen Truckrennen. Sie sind so laut, dass sie Fiona Sirene nicht hören. Fiona, wir sollten dich mit einer lauteren Sirene ausstatten. Los, Mechaniker. Lasst uns Fionas neue Sirene einbauen. Genau. Wir brauchen ein schönes, lautes Tatü-Tata. Fertig. Probier's mal, Fiona. Das ist falsch. Klingt nach einer Haustür. Probieren wir's nochmal. Und das klang wie ein Dinosaurier. Wir brauchen ein Tatü-Tata. Das war richtig. Aber es muss viel lauter sein. Hm. Der Warmkegel hat dich lauter gemacht, Gelbi. Vielleicht funktioniert das auch mit der Sirene. Das ist ein lauter Tatü-Tata. Bis bald, Fiona. Danke, dass du bei Gekos Werkstatt warst. So ist gut, Mechaniker. Wir machen die Werkstatt schön sauber. Oh, klingt, als hätten wir einen Kunden. Es ist Familie Truck, Mami Truck, Mami Recycling und Baby Truck. Die nicht gerade glücklich aussieht. Ein Wackelzahn? Das ist kein Grund zur Sorge, Baby Truck. Wenn er rausfällt, kannst du ihn unter dein Kissen legen. Dann bekommst du eine Goldmünze. Äh, äh. Oh, nein. Baby Truck hat ihren Wackelzahn weggenießt. Oh, keine Sorge. Wir finden ihn. Los, los, Mechaniker. Ja. Ja. Oh, oh. I-gitt. Tut mir leid, Grüni, aber das ist kein Zahn. Oh, eh. Oh. Oh. Vorsicht, Gelbi. Oh, wir haben die ganze Werkstatt abgesucht, aber wir finden Babytrucks Zahn einfach nicht. Wartet mal, an einem Ort haben wir noch nicht geguckt, in Blauis Staubfädel. Aha. Bitte schön, Babytruck. Jetzt nimm ihn mit und leg ihn unter dein Kissen. Wir sehen uns bald wieder zu neuen Abenteuern in Gekos Werkstatt. Bis bald. Oh, hallo zusammen. Vicky Eiswagen ist gerade zur Reparatur hier. Wir sind jetzt bei den letzten Feinheiten. Danke, Gelbi. Bringst du mir bitte einen Schraubendreher? Vorsicht, Mechaniker. Der Schlauch ist voll mit eiskalter Luft, denn so hält Vicky ihr eiskalt. Gelbi, drück bloß nicht den Knopf. Ich kann auch wirklich ein Schraubendreher. Ich kann auch einfach mit eiskalt werden. Auf Wiedersehen, weil sie wieder etwas reinigen können. Ich weiß, was ist das denn? Die Schlauch, Art und Rudel, die Barsch, als Schlauch, besser idea. Oh, wer das ist. Schlauch, mal gut. Barsch, schlauch, ein Schlauch, ist es echt gut. Oh! Der Schlauch, das ist einfach so schön. Und dann, wenn ihr dann noch was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Danke, Mechaniker. Ihr habt mich gerettet. Jetzt lasst uns Vicky fertig reparieren. Danke, Vicky. Bis bald. Woher kommt das denn alles? Mama! Oh, Herr Wiesel. Alles okay? Ich habe aus Vicky den schnellsten Eiswagen der Welt gemacht. Aber sie ist losgefahren, bevor ich ein Eis essen konnte. Wir müssen Vicky stoppen, bevor sie noch mehr Schaden anrichtet. Da kommt sie. Bereit, Blaui? Blaui! Blaui! Schnell! Drück den Ausflug! Ich habe immer noch kein Eis bekommen. Ah! Oh! Puh! Oh, ich hasse Raketen. Kommt, Mechaniker. Wir sehen mal, ob alles okay ist. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Gekos Werkstatt. Bobby Bus ist gerade zur Kontrolle hier. Wir sind fast fertig. Wartet, Mechaniker. Ich bin noch hier oben. Bobby, Bobby. Oh nein, er kann mich nicht hören. Mechaniker. Schnell. Tut etwas. Vorsicht. Da ist eine Brücke. Wow. Heiliger Schraubendreher. Oh, ja. Eine hohe Brücke. Gute Idee, Mechaniker. Wenn ich nur daran verpasst. Was jetzt? Wow. Gute Idee, Gelbi. Du hast mich gerettet. Hihi. Schon okay, Bobby. Du wusstest es nicht. Und niemand ist verletzt. Danke für eure Hilfe, Mechaniker. Was würde ich nur ohne euch tun? Bis bald. Hallo zusammen. Hier ist Gekko. Wir sind gerade auf dem Heimweg. Was? Das ist Baby Truck. Was war das, Baby Truck? Ein Schnuller ist weg? Sei nicht traurig. Wir finden ihn wieder. Los, los, Mechaniker. Sieh mal bei den roten Blumen nach. Siehst du da etwas? Was ist mit der grünen Hecke? Siehst du da etwas? Irgendwo hier muss er ja sein. Tut mir leid, Baby Truck. Ich finde deinen Schnuller nicht. Blaui! Gut gemacht, du hast ihn. Bitte schön, Babytruck. Ende gut, alles gut. Danke für eure Hilfe. Bis bald. Oh, was für ein schöner, sonniger Tag. Was um alles in der Welt ist das? Wow. Durch diesen großen Ballon wird man meine Werkstatt selbst von Kilometer Entfernung finden. Uff, wer ist das? Ich bin beschäftigt. Max? Mehr Luft in Reifen? Hm. Oh. Okay. Warte. Herr Wiesel füllt Max' Reifen nicht mit Luft, sondern mit dem Helium von seinem Ballon. Das heißt... Ha-ha. 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 Oh. Ah. Keine Sorge, Max. Ich komme. Ha-ha. 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 Heiliger Schraubenschlüssel. Ha-ha. Ha-ha. Wieso meine Schuld? Ha-ha. 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 Wenn ich mich aufhören lasse, werden wir wegzischen wie ein Ballon. Oh. 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 Jetzt geht's, Max. Flieg in Richtung Werkstatt. Juhu. Oh. Hihi. Bitteschön, Max. So gut wie neu. Diesem Gekko werde ich's zeigen, sobald mein Werbeballon fertig ist. Oh. 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 Ah. Oh. 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 Ha-ha-ha-ha. Krühliges Halloween. Schon gut, Mechaniker. Ich bin's nur, Gekko. Hä? Wartet mal, was ist das für ein Geräusch? Da ist es wieder. Ich hoffe, das ist kein gruseliger Halloween-Geist. Puh, was es auch war, ich glaube, es ist weg. Hä? 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 Oh nein, Mechaniker. Ich glaube, in der Werkstatt spukt es. Blaui. Wartet mal. Blaui, komm her. Das Geräusch ist nur da, wenn du dich bewegst. Kein Grund für Stress und Gänsehaut. Da war nur Blauis Rad so laut. Ein Tropfen Öl hilft da zumeist. Schon ist er wieder weg, der Gruselgeist. Puh, Stress vorbei. Jetzt können wir Süßigkeiten sammeln gehen. Fröhliches Halloween. Bis bald. Willkommen zurück bei Gekos Werkstatt. Es ist ein schöner, sonniger Tag, also wird Roti heute aufs Dach steigen. Und unsere neuen Solarplatten anschließen. Die saugen die Energie von der Sonne auf und machen daraus sauberen Strom für die ganze Werkstatt. Hallo, Bobby. Wow. Zieh dich nur an. Du bist ja ganz schmutzig. Und wir haben dich erst gestern sauber gemacht. Kein Problem. Plitsch, Plitsch und Platsch. Aktiviere Gekos Autowaschanlage. Du bist wieder sauber und bereit für die Straße, Bobby. Oh, du bist wieder schmutzig. Wie ist das passiert? Ich glaube, wir müssen dich per Hand waschen. Blitz sauber. Jetzt kannst du wieder auf deine Busstrecke, Bobby. Das macht dich immer so schmutzig. Dein alter Benzinmotor. Hm. Was würdest du von einem neuen, sauberen Elektromotor halten? Sind die Solarplatten bereit? Die Platten wandeln die Sonnenenergie um. Und schon macht Bobby sauber. Brumm, brumm. Hurra! Wir sehen uns bald wieder für noch mehr Spaß bei Gekos Werkstatt. Blaui! Blaui! Wo bist du? Hm. Hallo zusammen. Wir arbeiten heute draußen, weil Fionas Leiter klemmt. Und sie zu groß ist. Oh, deine Reifen sollten wir auch überprüfen, Fiona. Oh, Blaui. Holt bitte jemand den Wagenheber? Gut gemacht, Roti. Ich hole mein Werkzeug. Ach, du rote Neune. Keine Sorge, Roti. Wir holen dich da irgendwie runter. Grüni, Gelbi, holt eine Decke. Ich habe eine Idee. Roti, wenn ich loslassen sage, lässt du los. Okay? Okay? Okay. Loslassen! Blaui! Jetzt kannst du ein Held sein. Bereit, Blaui? Drei, zwei, eins, los! Keine Sorge, wir fangen euch. Puh. Du hast uns gerettet, Blaui. Ein Hurra für unseren Helden. Komm, du Supermechaniker. Lass uns Fiora fertig reparieren. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Ah, es ist so schön, Urlaub zu haben. Ich liebe Camping. Hm, das Feuer wird sehr klein. Gelbi, holst du bitte noch etwas Feuerholz? Zeit für eine Geschichte. Ich glaube, das Geschichtenbuch ist im Wohnwagen, Grüni. Danke, Gelbi. Warte mal. Das ist doch der Radstopper. Das heißt? Ich muss ihn doch irgendwie schlafen. Stoppen können. Ah. Puh. Danke, Grüni. Ah. Äh. Oh. 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 Heiliger Schraubendreher. Oh. 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 Hurra! Gut gemacht, Tilli. Oh, gut gemacht, ihr alle. Problem gelöst. Ja, Grüni, jetzt ist Zeit für eine Geschichte. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis bald. Hallo zusammen. Hier ist Gekko. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Also habe ich beschlossen, Vögel zu beobachten. Oh, seht mal, die Zwillinge. Barry und Carrie. Oh nein, Barry hatte einen Unfall. Schnell, Mechaniker. Wir müssen schnell helfen. Schnell, schnell, Tilli-Abschleppwagen. Keine Sorge, Barry. Wir haben dich gleich da rausgeholt. Blaui. Dann untersuchen wir dich mal. Hm, das ist seltsam. Dein Motor springt nicht an. Ah, Carrie will Barry aufmuntern. Wie lieb. Achoo! Da liegt der Hase oder Fisch im Pfeffer. Der Fisch steckte wohl in Barrys Auspuff. Deshalb ist der Motor nicht angesprungen. Es ist so schön, wenn Freunde zu Besuch kommen. Da wird man viel schneller wieder gesund. Der Fisch ist wieder zu Hause. Seine Freunde haben sich bestimmt schon Sorgen gemacht. Also, Ende gut, alles gut. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Komm, Gröni. Lass uns all den Müll bei Tilli aufladen. Ups. Tut mir leid. Das alte Sofa muss auf die Müllkippe. Wir können es nicht behalten. Da ist Familie Truck, Mama Truck, Mama Recycling und Baby Truck. Oh nein! Arme Baby Truck, das war eine harte Landung. Wenn wir es nur irgendwie weicher machen könnten. Wie war das, Mami? Du hast eine Idee? Ja. Tada! Bitteschön, Baby Truck. Dieses Mal landest du bestimmt weich. Gern geschehen, Baby Truck. Oh, danke, Mami Recycling. Es ist immer schön, etwas Neues aus etwas Altem zu machen. Gern geschehen, Baby Truck. Oh, danke, Mami Recycling. Es ist immer schön, etwas Neues aus etwas Altem zu machen. Hey, es ist Max, der Monster Truck. Was können wir heute für dich tun? Oh, du willst wie dein Held aussehen? King Crash? Ich glaube, das schaffen wir, Max. Ich hole mein Werkzeug. Mechaniker, fangt schon mal an. Die Züge von Bisschen. Ich hole meine Läge aus dem Spiel. Töne, Töne! Ich hole mich nicht. Töne, Töne, Töne. Gern geschehen, Töne! Töne, Töne! Okay, ich habe mein Werkzeug. Hä? Mechaniker! Was habt ihr getan? Oh, ihr findet vielleicht, dass er toll aussieht. Aber das wollte er nicht. Keine Sorge, Max. Wir machen das. Fertig, Max. Wolltest du so aussehen? Wieder ein glücklicher Kunde von Gekos Werkstatt. Wir sehen uns bald wieder. Willkommen zurück bei Gekos Werkstatt. Wir haben gerade unser Notfall-Warm-System installiert. Hä? Da steckt jemand in Schwierigkeiten. Schnell, schnell, Tilly-Abschleppwagen. Das ist Erik Bagger. Er hat wohl einen Felsen erwischt. Sieh, sein Raupenfahrwerk ist kaputt. Oh, Blaui. Ich weiß, das Gewitter ist gruselig. Aber wir brauchen deine Hilfe. Bist du tapfer für uns? Ah, ich komme nicht ran. Ich bin zu groß. Da passe ich nicht durch. Hä? Oh, nein. Wir müssen uns beeilen. Ich glaube, der Damm wird überlaufen. Blaui ist klein genug dafür. Gut gemacht, Blaui. Du bist sehr mutig. Oh, nein. Der Damm hält nicht. Schnell, Blaui. Gut gemacht, Blaui. Du hast dich deinen Ängsten gestellt. Sieh mal, ein Regenbogen. Macht's gut, euer Gekko. Bis bald. Oh, seht mal, Mechaniker. Das ist Familie Truck. Guten Morgen miteinander. Oh, da hast du ja ein schönes Boot, Baby Truck. Oh, nein, ein Reifen. Der schwimmt ja genau auf Baby Trucks Boot zu. Danke, Mami Recycling. Jetzt können wir den alten Reifen recyceln. Wartet, seht mal, noch mehr Müll. Hm, der muss von irgendwo flussaufwärts kommen. Kommt mit. Du bleibst hier, Gabi, und passt auf das Boot auf. Da ist noch mehr Müll. Wo kann der nur herkommen? Oh. Herr Wiesel, was soll das denn? Oh, Gekko. Ich wollte meinen ganzen Müll loswerden. Oh, die Bremsen klemmen. Man sollte Müll aber nicht in den Fluss werfen. Oh, nein, er schwimmt genau auf Baby Truck und ihr Boot zu. Oh, Hilfe. Müll darf man nicht in den Fluss werfen, Herr Wiesel. Das macht den Fluss schmutzig. Fast wäre Baby Trucks Boot kaputt gegangen. Ein Boot? Ich habe zuletzt als kleines Wiesel mit einem Boot gespielt. Ich habe eine Idee. Müll kann man doch recyceln. Und aus alten Sachen schöne neue machen. Ich zeige es euch. Hurra, lichtet den Anker. Achtung, hier kommt die MS Wiesel. Das macht so viel Spaß. Aha, und der Fluss ist wieder sauber. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis bald. Da sind Mama Truck und Baby Truck. Warum wartet ihr hier? Der Tunnel ist blockiert und ihr kommt nicht durch? Hm, das sehe ich mir mal an. Wow, ein Miederbruch. Ah, noch ein Miederbruch. Hä? Wir sitzen hier fest. Keine Sorge, ich habe mein Werkzeug dabei. Wir brauchen größeres Werkzeug. Nicht mal Tilly ist stark genug, um den Felsen zu bewegen. Wie sollen wir hier rauskommen? Wir brauchen größeres Werkzeug, um den Felsen zu bewegen. Ich habe es auch recht auch mit den Frickern. dass du so stark bist. Mama Truck, du hast uns gerettet. Ich sollte Erik Bagger anrufen, damit er die Felsen wegräumt. Wir sehen uns nächstes Mal zu Spaß und Abenteuer in Geckos Werkstatt.